Das ist keine religiöse Reaktion, sondern etwas ganz Bedeutsames für diejenigen, die dein Wort gehört haben und deinen Ruf versiegle das in Himmel und setze ein Ende gegenüber dem natürlichen Leben, dem religiösen Leben, dem charismatischen Leben, dem wohlmeinenden Leben, dem höflichkeitsleben und werde radikal und erzeige dich im neuen Leben bei diesem Volk dass sie ihre Stimme wie eine Trompete erschallen lassen um Israel die Sünde aufzuzeigen ja, die Übertretungen vorzuhalten und Deutschland den Irrtum zu zeigen und alle falschen Ambitionen und ihrer ständigen imperialistischen Bestrebungen denn Gott hat einen Tag verordnet wo er alle Völker richten wird durch den Mann, den er von den Toten auferweckt hat lass deine Stimme auf der Erde vernommen werden ob du nun in deiner Tagform mit Wasser besprengt wurdest oder in Wasser getaucht wurdest Gott ist jetzt nicht interessiert an der Form Gott ist jetzt nicht interessiert an der Form sondern an deiner Wirklichkeit die möglich gemacht wird durch sein Sterben und sein Auferstehen und das gibt dir eine Gelegenheit dich zu ihm zu gesellen in den Wassern des Todes dass du zur Neuheit des Lebens erweckt würdest und nicht länger nur höflich dastehst übe das mit ihm ein ihr die auf eure Knie gegangen seid ich empfange meine Taufe obwohl ich es damals nicht verstehen konnte ich verstehe es jetzt und ich empfange das als ein in den Tod gehen ich bin mit dir begraben und wenn ich von meinen Knien aufstehe dann erwarte ich die Auferstehung voll zu erleben diese Neuheit des Lebens neue Gedanken neue Ausgangsweisen neue Impulse eine neue Mut neue Liebe die echt ist über Gefühlsduselei hinaus die man auch beleidigen kann und wo man doch nicht versagt denn es ist deine Liebe deine bedingungslose Liebe die Israel braucht die sie erleben müssen durch die die das auch übermitteln können denn die sind dann in deinem Leben Herr ich versiegle deine Kinder zur Auferstehung und erwecke in dieser Gemeinde eine Absicht die über alles hinaus geht was Menschen sich zurecht machen können vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte in irgendeiner Gemeinde hier in Deutschland kommt es so zustande dass eine apostolische Gemeinde auftritt deren Grundfesten unbeweglich sind für die das Reich gekommen ist über alle billigen Ambitionen der Menschen hinaus geht weil sie Buße getan haben in den Tod auch von ihren eigenen Vorstellungen für eine Gemeinde sodass dein Reich kommen könnte versiegle es und tue es Herr und werde dadurch verherrlicht und möge dieser Abend historische Ausmaß haben für die Gemeinde Jesu Christi in diesem Land so dass Israel so dass Israel gesegnet werden könnte und deine Seele zufriedengestellt ist und dein Name verherrlicht wird vor allen Völkern dein Reich kommen ist unser Schrei und unser Glaube unsere wahre Hoffnung in Jesu Namen Amen und Amen und Amen gib ihm priesterlichen Lobpreis nicht etwas aus deinem Verstand sondern von deinem Geist lasst es frei fließen wo alle Behinderungen weggeräumt sind in den Tod gegeben deine Selbstsicherheit dein Bewusstsein gib Gott dein Stimme und drücke deine Dankbarkeit aus für so eine wunderbare Errettung die er möglich macht durch unsere Identifikation mit ihm nämlich im Tod und Auferstehen wir wollen unsere Stimme erheben über charismatischen Lobpreis hinaus sondern priesterlichen Lobpreis uneingeschränkt voll von Gott selber wo Gott Gott feiert durch ein Volk das sein Leben nicht mehr hat und deren Lobpreis nicht eigener Lobpreis ist und die Gebete nicht mehr eigene sind für die Christus für die zu leben Christus ist für die anzubeten Christus ist für die zu dienen Christus ist so gib ihm deine Stimme in Priestly Presse in Priestly Presse in Lopas hallelujah thank you Lord 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 kima yala masori yara mayala shiri yara kotami yalasa gl할 gläude sung gläude 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 glad Studios God and the King Hallelujah and the Savior and the Redeemer the Holy One of Israel Glory, 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 glory my Father and my God Hallelujah 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 Glory, 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 glory my Father and my God Hallelujah Only by that life could he have the courage to express it Nur durch dieses Auferstehungsleben konnte Paulus den Mut haben, das zum Ausdruck zu bringen gegenüber seinen Brüdern Und dann auch die Ablehnung, mit der Ablehnung fertig werden, die darauf folgt Nur durch dieses Auferstehungsleben Das Christusleben Das Christusleben Auferstehungsleben Diese Einheit, diese Verbindung Und das hätte den Juden in eurer Mitte, in der Vergangenheit, den Unterschied erklärt Zwischen bloßer Religion Und authentischer Geistlichkeit Solch eine Demonstration wurde während zweitausendjähriger Geschichte nie vollzogen Welche Alternative haben sie dann gehabt? Außer ihrem eigenen rabbinischen Judaismus Oder eine säkulare Kultur Und darin sind sie umgekommen Wir sind aufgerufen, Israel zur Nacheiferung anzureizen Und Paulus erklärt uns nicht, was er damit meint Als ob das irgendwie ein entscheidender Zweck sei Für uns als Gemeinde zu existieren Dass wir die Feinde des Evangeliums zur Nacheiferung reizen Ja, das ist eine höchste Anforderung Und die Gemeinde, die darauf eingehen kann Ist in der Tat die Gemeinde Und wird nur solch eine Gemeinde werden Durch solch eine Buße Dass sie sich bewusst ist In der Vergangenheit haben wir einen riesigen Fehler gemacht Und leiden immer noch unter diesem Fehler Und wir können es nur beheben Dass wir wirklich bereit sind In der Buße zu sterben Weh mir, ich bin fertig Aus solch einem Tod entspringt das Leben Und das wird die Juden reizen Sogar werden sie sich wundern Und deinen Mut bewundern Dass du ihnen gegenüber trittst Mit einer unwillkommenen Botschaft Denn du weißt ja, dass sie es ablehnen Und doch wirst du durch die Liebe Christi gedrängt Du kannst nicht schweigen Du bist ein Narr für Christus Und wenn sie das erkennen Dass du bereit bist Alles aufs Spiel zu setzen Und die schmerzliche Ablehnung Auf dich zu nehmen Wo doch eine deutsche Christenheit So unbedingt jüdische Annahme haben möchte Dass diesen Mut, den du dann aufbringst Sie zur Nacheiferung schon anreizt Denn sie können erkennen Das geht ja über diese christliche Religion hinaus Es ist ja niemand anders als Gott selber Der dahinter steht Ich bin ein jüdischer Gläubiger Und habe eine Last für beide Deutschland und Israel Aber in seltsamer Weise reibe ich mich immer An diese sogenannten Buße Die da vorkommen Dass man es doch immer wieder Und immer wieder neu machen muss Und das bringt keinerlei Wirkung In der Gemeinde hervor Und ganz bestimmt nichts für die Juden selbst Tue Buße Denn das Reich Gottes ist vor der Tür Und das erfordert eine gültige Taufe Eine die wirklich ein Begräbnis ist Denn die Geschichte und unser gegenwärtiges Leben Hat uns überzeugt Dass in uns selber Niemand gut ist Kein Mensch Auch unsere besten Absichten nicht genügen Nur Christus Der auferweckte Christus Als unser Leben Consistently Beständig Kann nur unsere Antwort sein Und Gott hat auch alles versorgt Eine Taufe, nämlich die mehr als eine religiöse Ordinanz ist Das ist ein Begräbnis von dem Was unbedingt begraben wird Denn es gibt ja keinerlei Hoffnung dafür Sogar in der besten deutschen Form Keinerlei Hoffnung Ermangeln wir doch total der Herrlichkeit Gottes Wer will in solche Wasser gehen Die doch ein für allemal Und wenn es keine Auferstehung nach diesem Begräbnis gibt Dann seid ihr von allen Menschen am meisten zu bedauern Aber meine nicht, dass du jetzt zu deiner Arbeitsstelle zurückgehst Deine Firma Dein Beruf All of the nice amenities of your present life Und all das Angenehme, was dich umgibt Deine ganzen Hoffnungen für die Zukunft Du hast doch keine Hoffnung Du bist doch gestorben Das ist doch eine Neuheit des Lebens Und es ist radikal Und nur eine Motivation steht dahinter Die Herrlichkeit Gottes Und nicht unsere Bequemlichkeit Und weil das nicht vorhanden ist Deshalb wartet Gott weiterhin auf eine Buße Wir haben ein Christentum der Bequemlichkeit praktiziert Und es hat ein großes Vakuum hinterlassen Wie es natürlich der Fall sein muss Und da hinein strömte dieses dämonische Nazitum Und wir machten es möglich Wir haben das Vakuum verschafft Worein dieses Böse wie eine Flut sich ergoss Denn die Natur verabscheut ein Vakuum Und wird sehr bald Dieses Vakuum ausfüllen Wenn nicht mit der Realität Gottes Dann mit der Realität Satans Nazitum Nazitum Unsere Schuld Respektables Christentum machte es nicht nur möglich Sondern unvermeidlich Die Art von Christentum Wo wir als höflich dastanden Und human Wo Goethe die Absicht hatte Das Kreuz Den Stamm des Kreuzes Mit Rosen zu umgarnen Eine wunderbare menschliche Sentimentalität Wird in ironischer Weise genau das Gegenteil In der hässlichsten Bizarrsten Art Abscheulichsten Art von Menschheit Die wir vor Augen bekamen Seid sicher eure Sünde wird euch finden Und wird sich in ganz ironie Ausdrücken Ihr habt den Humanismus so gefeiert Und wolltet ganz nett und höflich dastehen Dann kommt hier die Erfüllung Bestialität Unglaubliche Unglaubliche Gräuel Total unmenschlich Gott lässt sich nicht spotten Und was immer eine Nation aussät Das wird sie auch dann ernten Es gibt keine Möglichkeit das zu verstehen Was jüdisch ist Unabhängig von dem Deutschen Wir haben einander so beeinflusst Und haben eine gemeinsame Kultur geformt Und haben uns gegen Gott verschworen Und gegen seinen König Und beide haben darunter dann gelitten Was würde das bedeuten für die jetzige deutsche Gemeinde Jesu Die nicht nur ihre eigene psychologische Erleichterung Entlastung sucht Sondern sich an den Ort wahrer Buße begibt Und der Zerbrochenheit Und der Zerbrochenheit Und der Zerbrochenheit Nicht nur für ihren gegenwärtigen Stand Sondern auch wegen dem Zustand der Vorväter Denn meint nicht Dass ihr es besser gemacht hättet Als sie zuvor Wenn ihr zum Beispiel in der Nazi Zeit gelebt hättet Niemand ist gut Kein Mensch Wir alle haben gesündigt Und ermangelndes Ruhmes Gottes Und Gott wartet auf diese Art Buße Und dass wir dieses Leben ablegen Und der Beweis, dass das stimmt Dass wir eine neue Fähigkeit finden Und eine brennende Leidenschaft bekommen Um Jakob von den Sünden zu sagen Und Israel von den Übertretungen Denn diese prophetische Gemeinde Die dann vom kommenden Gericht warnen kann Ist dann alleine auch nur qualifiziert Von der Wiederherstellung zu sprechen Die darauf folgt Dann tröstet, tröstet mein Volk Tröstet meine Brüder Denn sie haben ein doppeltes Maß Der Sünde erlitten Sie brauchen nicht irgendwie Ein schmalziges auf die Schulter klopfen Sie brauchen wirklichen Trost Der durch den Geist Durch Gottes eigenes Wort hervorkommt In der Mitte ihres Gerichtes Trost, der von einem Volk kommt Die sich nicht zurückgehalten haben Sich nicht geschont haben Sie haben das Wort des Gerichtes gesagt Sie haben Israel aufgerufen Ihre völkische Sünde anzuerkennen Und dann werden sie auch Israel Den Trost bringen von Gott her Der dann in der Tat Ein Trost sein wird Denselben Trost Den ihr selber kennen werdet Die aus dem Tode erstanden sind Zur Neuheit des Lebens Und können sich in Christus Jesus erfreuen Dass er Heiland und Befreier ist Ja, und ihr tröstet sie dann Mit dem gleichen Trost Mit dem du getröstet worden bist Ja, wenn du überhaupt getröstet wurdest Und dein religiöses Dasein Keine falsche Sache ist Kein Betrug ist Das ist also die Art Von tiefer Buße Die nötig ist Nicht, dass der Holocaust Eben eine momentare Verirrung war An embarrassing historical failure Und das war ein peinlicher Historischer Fehler Sondern die unvermeidliche Konsequenz unserer eigenen Langen Abfalls Unsere Sünde ist Israels Sünde Und es ist genau die gleiche Sünde Wir werden sie dann nicht ansprechen Auf ihre Sünde hin Von einem Ort der Überheblichkeit Sondern von einem Ort Der Zerbrochenheit aus Von diesem priesterlichen Ort her Solch ein Priester Der zu einem sündigenden Volk Sprechen kann Als einer der seine eigene Sünde kennt Und genau so ist wie Israel selbst Eine Gemeinde die bereit ist Sich unter das jüdische Volk zu stellen Wo sie als Gemeinde Jesu Einen Priesterdienst tun will Worin sie dann für sich selber Nichts haben wollen Keinerlei Nutzen Keinerlei Persönliche Entlastung Um ihres Selbstwillen Und der Lord's sake Nein es wird geschehen Um des jüdischen Volkes Willen Um Gottes Willen Wird solch eine priesterliche Haltung Eine zerbrochene Gemeinde Eine Gemeinde die Buße getan hat Welch ein Segen wird das für Israel sein Ein wahrer Segen Und welch ein Segen für Deutschland selber Dass jemand wie diese Gemeinde In Deutschlands Mitte ist Die ein zerbrochenes priesterliches Volk darstellen Die bereit sind sich unter ein anderes Volk zu begeben Und vielleicht Eigeninteresse total aufs Spiel zu setzen Ich kann mir keinerlei Botschaft vorstellen Die Deutschland nicht nötiger hätte als diese Und ich kann mir keinerlei Demonstration vorstellen Was das gegenwärtige Deutschland Wirklich nötig hat zu erkennen Was nicht nur Gottes Berufung Für die Gemeinde Jesu in Deutschland Sondern für die ganze Nation Gottes Zufall Gottes Ziel ist nicht Dass ihr eure imperialistischen Ambitionen durchzieht Dass ihr ein Herren Volk über die Völker sein sollt Er kennt euer nationales geheimnisvolles Herz Und diese Ambition ist niemals gestorben Als diese historische Versöhnung zwischen Ost und West Sich hier in Deutschland abspielte Da habe ich persönlich nicht Hurra gerufen Sondern etwas in meinem inwendigen Menschen Er sagte dann Jetzt werden wir es wieder erleben Das wahre Deutschland In seinen ganzen Ambitionen und Machtbestrebungen Die Gottes Ruf an sich verraten Wo Gott doch will Dass sie nicht eine große Weltmacht sind Sondern eine priesterliche Nation Gegenüber dem Volk Israel So dass die nach Zion zurückgebracht werden können Als die Erlösten des Herrn Denn ihre Erlösung ist ja sein Kommen Und sein Kommen ist doch sein Reich Wo die Völker sich mit dem Krieg nie mehr beschäftigen werden Der Jude ist nicht nur ein weiteres ethnisches Volk Sie stehen im Herzen von Gottes theokratischem Muster Denn nur durch ihre Rückkehr Wird dann sein Wort aus Zion hervorgehen Ihr könntet nicht mehr für die Völker etwas tun Nicht dass sie eure ganze Ingenieurskunst bewundern Und eure ganzen Geschäftsfähigkeiten bewundern Sondern dass ihr wirklich Israels wahre Wiederherstellung bewerkstelligen sollt Dass sie danach alle Geschlechter der Erde segnen können Und alle Welt dann weiß Dass der Gott Jakobs Der einzige Gott ist Das ist eure Aufgabe Ja verkündigt das im Reichstag Im Bundestag Aber mit apostolischer Überzeugung Nicht als Theorie Eine Meinung Vorschlag Sondern als das Wort des Herrn Gegenüber der Nation Deutschland Das mit Autorität verkündigt wurde Von einem Volk nämlich Das er von den Toten erweckt hat Weil sie wirklich In aller Tiefe Die nötige Buße Betan haben Gegen ihre eigenen Und den Sünden ihrer Väter Wovon der Holocaust Nur ein Symptom war Der Holocaust ist für Deutschland Was die Kreuzigung Jesu Für Israel war Unsere jüdische Sünde Ist nicht die Kreuzigung Jesu Sondern die Zusammenfassung Aller unserer Sünde Unsere ganze Geschichte Des Glaubens Abfalls Und die Zurückweisung Der Propheten Die uns gesandt worden waren Und als dann unser Herr persönlich kam Dann haben wir ihn nicht mehr erkennen können Sondern wir wurden sogar Er war sogar Angstlos Und wir mussten ihn kreuzigen lassen Er war die Zusammenfassung Aller unserer Sünden Und nicht die Sünde In sich selber Und so auch Der Holocaust für Deutschland Nicht die Sünde in sich selbst Sondern eine Zusammenfassung Aller deutscher Sünde Durch alle Generationen hindurch Wo man den radikalen Glauben In eine häusliche Nebensache Umgewandelt hat Eine Bequemlichkeit am Sonntag Für das bürgerliche Leben Ein kleiner Beitrag Tut Buße Wegen eurer Väter Und wegen euch selbst Denn nichts hat sich geändert Und Gott wird eure falsche Buße Nicht ehren Die nur persönliche Erleichterung Anstrengt Sondern er wartet Auf diese Anerkennung Auf diese Tiefe Des Todes Sodass er alles In allem wird Israels Bestimmung Steht auf dem Spiel Unsere ewige Bestimmung Und wartet mehr Als alles andere Auf solch einer Gemeinde Als in irgendeiner anderen Nation Das Volk Das uns In die materiellen Feuer Warf Is the same Intended by God To save us Is das gleiche Volk Das in der Absicht Gottes Uns erretten soll Nämlich Von dem ewigen Feuer Seines Gerichtes So habt ihr eine Bestimmung Ein Mandat Unfulfilled Und das ist noch nicht erfüllt In euch selber könnt ihr das nicht zur Erfüllung bringen Sondern nur in der Kraft seines Lebens In einer Einheit mit ihm Die einmal im Tode In dem Begraben werden Und in der Auferstehung besteht Und um für solch eine Buße möchte ich beten Für solch eine Gemeinde Für solch ein Volk Herr wenn das dein Wort ist Dann setzt es mich in Erstaunen Aber möge der Geist der Wahrheit Dafür Zeugnis abgeben Durchbohre unsere Herzen Auch wenn unser Verstand das nicht alles ergreifen kann Das ist doch so anders als was wir bisher geglaubt haben Wir dachten wir tun Israel einen Dienst Dass wir sie einfach alleine lassen Dass wir höflich auftreten Komm oh Herr In this first speaking of this word in this nation Bei der ersten Predigt über dieses Thema hier in diesem Volk Möge da von diesem Volk aus Die Erstlingsfrüchte der Buße geschehen Das erste Zerbrechen Das erste Bereitsein in den Tod zu gehen Dass alle eigenen Interessen zur Seite gestellt werden Wenn es keine Auferstehung gibt Dann ist dieses Volk von allen anderen Am meisten zu bedauern Und unser jüdisches Volk mit ihnen So im Namen Jesu Als der Diener dieses Wortes Lade ich euch zu einer Buße ein Einer authentischen Buße Für dich selber und für deine Fähigkeiten Die in den Tod hineingehen Ein wirkliches Heruntergehen Die wenn du wieder auferstehst Dann dein Leben nicht dir selber mehr gehört Sondern es ist seines Ihr seid dann die Toren für Christus Für seine Endzeitziele Und für seine Zwecke allein Und jetzt verspottet Gott nicht Jetzt kommt nicht einfach so von euren Reihen heraus Um eine psychologische Erleichterung zu erleben Als eine religiöse Reflexhandlung Komme aus deinem Sitz hervor Zum Tode zu gehen Wo du das Ende all deiner Erwartungen anstrebst Ja genau Auch darin Wie du Gott dienen willst Das ist nicht mehr länger dein Problem Es ist das seinige Wenn er dich ganz besitzt Um sein Leben dann zum Ausdruck zu bringen Wer möchte dazu nach vorne kommen Wer möchte hier vorne Sich dazu niederknien Du wirst dann Deine Taufe wirklich bestätigen Und dann wirklich Dieser Taufe Die Bedeutung beimessen Die Gott immer vor Augen hatte So wartet Gott Auf solch eine Buße Und wer möchte dazu kommen God is at hand To it bußen Denn das Reich Gottes Ist nahe herbeigekommen These words Spoken first by The Baptist John and Jesus Diese Worte Die zuerst von Johannes dem Täufer Und von Jesus Ausgesprochen wurden Inexorably Joined Sind in einer unerbittlichen Weise Miteinander verbunden Always Immer You cannot speak of the kingdom Without speaking of repentance Du kannst nicht von dem Reich Gottes reden Ohne Buße zu erwähnen There's no entry into the kingdom Without repentance Es gibt keinen Eintritt in dieses Reich Ohne Buße zu tun So we have the reality of the kingdom In exact proportion As we have authentic repentance So haben wir die Realität dieses Reiches In dem Maße Wie wir Buße tun And it's not a once and for all repentance Und das ist nicht Buße Dann ein für allemal It's a continual state of being Sondern das ist ein ständiger Zustand des Seins More rightly a state of death Ja richtiger gesagt Es ist ein Zustand des Todes For true repentance Is the awesome acknowledgement Of God Denn wahre Buße Besteht in der heren Bestätigung Gottes As he in fact is And not as we thought him to be So wie er in der Tat ist Und nicht wie wir meinten Dass er sei And before that holy presence Und vor dieser heiligen Gegenwart No man dare lift his head Soll kein Mensch wagen Sein Haupt zu erheben Job wurde von Gott selber so beschrieben Dass er einer der vorragendsten aller Menschen war Gott hat sich seiner gerühmt Und doch am Ende der Handlungen Gottes mit diesem Mann Da schreibt dieser Mann aus Ich habe von dir mit meinen Ohren vernommen Aber jetzt erkennt mein Auge Und ich verabscheue mich Und ich tue Buße im Staub und in der Asche Das ist etwas Klassisches Das ist etwas ganz Bestimmtes Und wir ermangeln solch einer Buße Ganz besonders Und deshalb kommt aus diesem Grunde Das Reich Gottes nicht Es ist die letztmögliche Ausdrucksweise Den Herrn in der Herrlichkeit zu sehen Und es ist einfach erforderlich Dass der Mensch sich wirklich davor beugt Was soll das bedeuten Buße tun im Staub und Asche Was symbolisiert das Dass man letzten Endes In die Erde gesenkt wurde Zum Begräbnis Für mich gibt es keinen anderen Platz mehr Außer dem Begräbnis Nachdem ich dich jetzt gesehen habe Wie du bist Da gibt es keinen anderen Platz mehr Für mich als Mensch Außer dem Tode Und Gott hat solch eine Aussage Von Hiob angenommen Und er sagte ihm dann Bete für deine Freunde Deine Tröster Denn mein Zorn ist gegen sie entbrannt Denn ihr habt nicht so geredet Wie mein Diener Und wisst ihr was meine Botschaft für sie war Ihr meint Dass ihr alles so gut beieinander habt Ihr habt noch nicht einmal angefangen So zu reden Wie die Tröster des Hiob gesprochen haben Und das ist doch die abgehobenste Geistlichkeit In der ganzen Bibel Die man da findet Das war für Hiob nicht geeignet Aber die Aussagen in sich selber Sind also höchst geistlich Und trotzdem sagt Gott Mein Ärger ist gegen euch entbrannt Wie geistlich begeisternd sie auch gewesen seid Tief in eurem Verstehen Habt ihr dennoch versagt Von den Menschen kann ich nur eine Aussage annehmen Ich verabscheue mich Und ich tue Buße in Staub und Asche Gibt es heute ein Land in dieser Welt Für das die Sache der Buße wichtiger wäre Als für Deutschland Ihr werdet ständig unter dem Schatten Eurer historischen Vergangenheit leben Werdet ihr jemals von diesen Flecken Des Holocaust geschehen gereinigt werden Ja und ständig wird auf die Buße Auf das Bußetun hingewiesen Und ich hatte Gelegenheit das zu sehen Erst vor kurzem auf dieser Konferenz Für Gebet für Israel in Berlin Dort wurde erklärt Dass man Was die deutsche Gemeinde Anbelangt Man ständig Immer wieder Neu Buße tun müsste Wegen Israel Und dann hättest du vielleicht meinen können Ich als ein jüdischer Gläubiger Mein Geist hätte sich so gefreut darüber Aber je mehr ich diese Aufrufe zum Bußetun Wegen dem Holocaust hörte Und dann den Charakter dieses Aufrufes mitbekam Desto unbequemer fühlte ich mich In meinem inwendigen Menschen Etwas stimmt nicht Bei dieser Art von Buße Einer der Beweise dafür Ist ja Dass man das ständig Und immer Wiederholen muss Wie oft wollen wir uns denn Traurig fühlen Dass es uns leid tut Immer wegen der gleichen Sache Dass das immer wieder Und immer wieder Erwähnt werden muss Vielleicht besteht das Problem darin Dass wir die Sache um Bußetun Nicht richtig verstanden haben Und dass es einem leid tut Dem einfach nicht genügen kann Ich hatte so den Eindruck Dass was diese Art von deutschen Heiligen hier wollte War eine Art psychologische Entlastung Erleichterung Und sie kamen zu dieser Konferenz In der Hoffnung das zu bekommen Und mussten das in ihrer verzweifelten Lage Auch erleben Und in der Psychologie Haben wir einen Ausdruck dafür Sie wollten eine Katharsis Eine Erleichterung Eine Entlastung Wegen dieser Schuldenlast Die offensichtlich In keiner anderen Weise Irgendwie Erleichtert wurde Und so habe ich angefangen Das mit dem Herrn Vor dem Herrn zu bedenken Und hier ist mein Essay Darüber Ich habe das dann so formuliert Ein Nachtrag zur Bußhaltung Mancher Christen in Deutschland Gegenüber dem Holocaust Geschehen Was stimmt an dieser Art von Buße nicht Vielleicht hat es damit zu tun Dass wir die Sache der Schuld Nicht richtig verstehen Dieses Verstehen nämlich Dass wir annehmen Dass Deutschland die Ursache Für das Holocaust Geschehen ist Gegenüber dem Juden Wenn das dein Verständnis ist Dann wirst du niemals Erleichterung bekommen Denn es geht an der Wahrheit Um das Holocaust Geschehen vorbei Das Ausmaß Dieses tragischen Geschehen Geht über Die Komplizenschaft Deutschlands Dabei weit hinaus Und wenn wir wirklich Wahre Studenten Der Geschichte Gottes um Israel wären Dann wären wir bestimmt In der Lage zu unterscheiden Zwischen den Gerichten Die Gott bringt Über Israel Und den Zuchtrouten Die Gott einsetzt Nazi-Deutschland war die Zuchtdrüse Der Züchtigung Gottes Gegenüber Israel But the cause Was Jewish Sin Itself Die Ursache Aber war Jüdische Die Sünde An und für sich Historic And present Die historische Sünde Und die gegenwärtigen The sins of the fathers Die Sünde der Vorväter Never recognized Die niemals erkannt Or bestätigt wurden The cries of the prophets Die Schreie der Propheten Never heard Niemals Nor repented for Noch dass man darüber Buße getan hätte And the sin continues Und diese Sünde Läuft weiter And gathers its weight Und häuft Gewicht an And though God may deter In bringing his judgment Und obwohl Gott Vielleicht zurückhaltend ist Sein Gericht zu bringen He's not under obligation To bring it immediately In a cause and effect situation Er besteht ja nicht Unter der Verpflichtung Dieses Gericht Sofort ergehen zu lassen Wegen Ursache und Wirkung But bring it he will Aber Gericht bringen In his own time Zu seiner eigenen Zeit For his own purpose Für seine eigenen Ziele So you need to pray for the book That Klaus is translating So solltet ihr wirklich für Das Für dieses Buch geben Was Klaus beinahe fertig Übersetzt hat Utterly radical in its thesis Eine sehr radikale Aussage Jews will rail against it Die Juden werden sich Dagegen aufbäumen Segments of the church Will be offended by it Und Teile der Gemeinde Jesu Werden dadurch Verletzt werden Beleidigt sein The holocaust As judgment Das Buch heißt Das Buch heißt Beinhaltet Den holocaust Als Gericht Gottes In exact proportion To Jewish sin In dem Verhältnis Wie die Sünde In Israel Yes Even in Germany Ja auch in Deutschland The kind of influence That we expressed In our history here Und den Einfluss Das heißt Jüdische Sünde Auch in Deutschland Und das kann man Daran sehen Wie der jüdische Einfluss Hier in Deutschland Ausgedrückt wurde Our substitution Of German civilization For God's messianic answer Dass wir Juden Für uns Gottes Antwort Für uns ersetzt haben Durch deutsche Zivilisation Encouraging German rationalism Dass wir deutschen Rationalismus Auch noch ermutigt haben That is offended By the supernatural God Der von einem Übernatürlichen Gott Ja beleidigt wird That had his final expression In God is dead theology Und das hatte Seine letzte Äußerung In der Theologie Gott ist tot Und in dem jüdischen Reformierten Judaismus Das ist alles Was ich jetzt Im Augenblick Darüber so sagen kann Gottes Gerichte sind immer In dem Verhältnis Zu unseren Sünden Und als Eichmann In Jerusalem Vor Gericht stand The The loyal The The condemning What do you call it The state The prosecuting attorney Dieser Anklag Dieser Staatsanwalt Gideon Hausner Sein Name war Gideon Hausner Writes this in his memoirs Er schreibt das in A man's sin Or his crimes Or that of a nation Eines Menschen Sünde Seine Verbrechen Oder das Seines Volkes May go for a long time Unrecognized And unattended Mag für lange Zeit Unbeachtet Bleiben But there must come a time Aber eine Zeit Muss kommen When the culprit Is apprehended Wenn der Verbrecher Gefasst wird And the righteous Judgment Inflicted Und das Gerechte Gericht Wird vollzogen So had it come for Eichmann Und so ist es für Eichmann gekommen Many years after the end Of the Nazi time As the scripture says Be assured Your sins Will find you out Wie die Bibel sagt Sei sicher Deine Sünde Wird dich finden It found us out In the holocaust Und wir Wurden gefunden In unserer Sünde Im holocaust Und warum war Germany The rod Of our chastisement Und warum war Deutschland Die zuchtrute Because it We so celebrated German culture Weil wir so sehr Die deutsche kultur Zelebriert haben There was no segment Of the german population More enthusiastic For goethe Schiller Fichte And hegel Kein teil Der deutschen Gesellschaft War doch enthusiastischer Als wir Bei philosophen Goethe Schiller Fichte Hegel We could not believe That a Hitler Could come to power Und wir hätten Niemals glauben können Dass ein man Wie Hitler An die macht Kommend Not in the land Of such celebrated Civilization And culture Doch nicht in einem Land von solch Einer zelebrierten Zivilisation Und kultur Das muss nur Eine vorübergehende Sache sein Auch das wird Vorübergehen Aber es ging Nicht vorbei Und es wurde Uns zum Gericht Wenn wir uns als Deutsche Also schuldig fühlen Weil wir Die Ursache Des Holocaust Wären Ist das dann Eine falsche Schuld Eine die Gott Von der Gott Nicht will Dass du sie Auf dich nimmst Heißt das dann Dass Deutschland Von jeglicher Schuld An dem Absolution Erhalten hat Nein überhaupt Nicht Deutschland ist Immer noch Die Gerichtsrute Gottes Und dazu noch Allzu sehr Willens gewesen Und darüber Muss man dann Buße tun Und die Sache Wirklich Aber nicht wegen Einer falsch Angenommenen Schuld Es gibt noch Eine tiefere Sünde Als die Vom Holocaust Und darauf Wartet Gott Immer noch Dass Buße Getan wird Und deshalb Wird er Diese Falsche Bußhaltung Nicht Beacht Denn du willst Das ja nur Wegen deiner Psychologischen Erleichterung Haben Die deutsche Sünde Ist Identisch Mit der Jüdischen Sünde Worüber Der Holocaust Ein Gericht War Und was Ist denn Diese Sünde Es ist Der Verrat Des wahren Glaubens Durch die Christen Und durch die Juden Indem wir unser Erbe Geistliches Erbe genommen Haben Und haben Das Ganze So schön Angepasst Ja gezählt And making Of it A Sunday Or a Saturday Culture Und haben Daraus Eine Samstag Oder Eine Sonntagskultur A Bourgeois Accommodation Eine Bürgerliche Anpassung That would Not in any way Threaten Our Real Interests Die In Keiner Weise Unsere Persönlichen Interesse Während der Woche Bedrohen Könnten Und Die Uns dann Irgendwie Eine gewisse Art von Religiosität Hier Erlauben That's the Sünde For which Repentance God waits The taking of the apostolic faith And the making of it some kind of addendum to our busy life Not just in our liberal Christianity but in our Orthodox It's nothing less than the misuse of God for man's own purposes and man's own ends It is ultimate idolatry because it is performed in the name of God and thinks it is even doing him service and so to seek psychological relief through repentance and so will man psychologische Entlastung über Buße erreichen Das bedeutet ja dass man in der gleichen Sünde weitermacht Wir sind das Objekt unseres religiösen Lebens Unsere Linderung unsere Erleichterung unsere Befriedigung und Glückseligkeit Ja so ist es immer gewesen und Charakter von all dem bleibt immer noch auch in seiner besten charismatischen Form Wir haben das nicht erkannt und darüber Buße getan dass wir Gott missbraucht haben indem wir ein religiöses Leben kreiert haben in which our personal and selfish interests are foremost that has no interest in a kingdom come and certainly doesn't want to experience the inconvenience let alone be an object of opposition or persecution better to supply a religious accommodation es ist doch viel besser sich religiös irgendwie anzupassen das Ganze so an sich zu nehmen and sanctify the purposes of the state and vielleicht die Ziele des jeweiligen Staates damit zu sanktionieren and give its imperialist ambitions a little religious aura and den ganzen imperialist ischen Ambitionen eines solchen Staates eine kleine bisschen religiöse Tünche zu verpassen das ist nicht nur die Sünde die in Deutschland geschehen ist sondern in sogenannten christlichen Nationen überall und der Abstieg Großbritanniens ist hier ein Beweisstück dafür das Land von Spurgeon und George Whitfield die vielen Missionare ist heute das Land von Rock Punk Kultur und die soviel gerühmte Christenheit hält dann eine Begräbnisfeier für Prinzessin Diana ab die eine Jet Set Prinzessin von der schlimmsten Art gewesen ist so groß ist das Bankrott britischer christentums gewesen ich habe immer darauf gewartet dass die Gemeinde in Großbritannien ihre prophetische Stimme dagegen erhebt um diese Feier einer Heidin praktisch hier so durchzuhören und ihre unehelichen Beziehungen mit einem muslimischen Prinzen hier anzuprangern kein Wort darüber keinerlei Aussage auch nicht in den prophetischen Ausgaben der prophetischen Bewegung ja Gott wartet auf eine bestimmte Buße aber nicht dass wir Erleichterung bekämen sondern für seine denn wir haben seit undenkbaren Zeiten gegen ihn verfehlt und was rubs das Salz in die Wound ist nicht dass wir als Heiden gegen ihn hier aufstehen sondern als Juden und Christen die gleiche Mentalität teilen von religiöser Bequemlichkeit die den Zielen und Zwecken des Menschen und ganz indifference to the purposes of God und ganz gleichgültig gegenüber den Zielen Gottes steht das ist höchstmöglicher Götzendienst die im Namen Gottes selber hier durchgezogen werden und immer noch weiterläuft um diese kathartische Erleichterung zu bekommen auf Kosten von Israel und die Tatsache dass man solch eine Entlastung nie bekommen wird muss man also immer wieder neu und neu darauf hinweisen und das zeigt ja wie fragwürdig die ganzen Motive da sind und wie man das bisher gar nicht erkannt hat die Gemeinde Jesu möchte wegen der Israel Sache Buße tun ich gebe euch einen guten Grund euer Versagen dass ihr gegenüber den Juden in eurer Mitte die Realität ihres eigenen Messias und Gottes vorenthalten habt wo ihr vorgegeben habt an ihn zu glauben und habt es ihnen erlaubt gestattet dass sie Seite an Seite mit euch gelebt haben dass sie ihre eigenen religiösen Institute als ob in irgendeiner Weise die Synagoge eine wirklich echte lebendige Realität darstellt und nicht eine ständige Bestätigung jüdischen Abfalls vom Messias von Christus gibt es irgendein Land in der Welt das eine längere jüdische Anwesenheit in seinem Land gehabt hat als Deutschland und hat sie so wenig durch das christliche Zeugnis berührt wir hatten doch ein direktes Mandat in der Bibel bekommen dieses Evangelium ist das Heil für jeden der da glaubt für den Juden zuerst und dann auch für die Griechen Gottes Priorität Gottes Ordnung die wir bewusst umgangen haben weil ja die Juden wirklich einschüchternd sein können und so heller und so intellektuell und so professionell und ihr Leben scheint so gut strukturiert zu sein besser als das unsere wie wollen wir wagen es ihnen zu sagen dass sie verloren sind ohne unseren Christus in dessen Namen ja die Juden in der Vergangenheit so in Deutschland gelitten haben solch ein Gehorsam auf die Befehle des Herrn Jesus wo er Herr ist muss doch für die Juden als äußerste Arroganz dastehen wer wird sich wagen das so zu tun nur einer der der wirklich Buße getan hat und zerbrochen ist und ist so in das Sterben hineingekommen denn das ist wirkliche Buße ein Begräbnis des unangemessenen falschen religiösen Lebens und das man dann hervorkommt in der Neuheit des Lebens ein Leben das nicht eine jüdische Anerkennung mehr braucht und ein Leben das bereit ist ein Anstoß zu sein um des Evangeliums Willen und darin habt ihr versagt ihr habt nicht dieses apostolische Zeugnis aufrecht erhalten gegenüber dem Volk das Gott in eure Mitte gestellt hat und das ist eine Aussage über euer Versagen ein Verrat an dem Reich Gottes und das ist in der Geschichte so gelaufen und niemals aufgedeckt worden oder bestätigt worden als eine Sünde und deshalb läuft es immer noch so weiter der Skandal um die Juden ist etwas was ein höfliches deutsches Christentum sich nicht leisten kann und wenn eine deutsche Gesellschaft irgendetwas gewesen ist dann ist sie doch höflich aufgetreten es ist doch wichtiger höflich zu sein als radikal kein Wunder dass Nietzsche gesagt hat Gott ist tot er sah keinerlei Beweise in diesem höflichen deutschen Christentum denn ein Christentum das höflich ist ist nicht christlich sondern es ist ein Widerspruch in der ganzen Ausdrucks die ganze Natur des Glaubens ist radikal und wird immer den Tadel auf sich ziehen und es ist eine Ablehnung wozu deutsche Christen nicht bereit gewesen sind natürlich hat Paulus geschrieben dass er lieber verflucht sei um seine Brüder dem Fleisch nach dass sie Christus erkennen möchten natürlich das war der Paulus das sind natürlich nicht wir das ist ja ein Mensch der als Jude redet in seiner fleischlichen ethnischen Identifikation mit seinem eigenen Volk natürlich kann man doch von uns nicht erwarten dass wir solch eine Last auf uns nehmen wirklich nicht nun dann möchte ich die Frage aufwerfen ist Paul crying out in Romans 9 out of his Jewishness schreit Paulus in Römer Kapitel 9 förmlich aus wegen seiner Jüdigkeit heraus im Natürlichen darstellt oder ruft er als Apostel und die Trauer die er erfährt ist nicht irgendwie eine ethnische Identifikation sondern die von einem hohen Priester und von Apostel des Glaubens selber wenn das stimmt dann gibt es doch eine Möglichkeit für eine Identifikation mit dem jüdischen Volk die über Sentimentalität hinausgeht denn es ist der tiefe Herzenschrei von Gott selbst und wegen dem würden wir sogar bereit sein unsere eigene Rettung aufs Spiel zu setzen hat Paulus so etwas verspürt weil er ein Jude war oder weil er Apostel war ich spreche jetzt nicht von seinem Titel ich spreche von seiner Apostolischen Vereinigung mit Gott seine Buße damals die war authentisch das war nicht nur ein kleines ach es tut mir leid hier war es ein Mann der in den Tod ging und alles was er als Mann und religiös mit ihm und alles was er vorher als Mensch und als religiöser Mensch gefeiert hat ist mit ihm unter gegangen all seine ganzen Kategorien gingen in den Tod und er wurde zur Neuheit des Lebens erweckt es gibt keinen außer dem Apostel Paulus in dem die Realität der Auferstehung Jesu solch eine Auswirkung hatte that's what he meant when he said for me to live is Christ what's our excuse what did Paul enjoy that is not available to us what expression of the resurrection life which bears the grief of God for Israel and the courage to express it is not available to us also everything depends on our repentance expressed in our baptism was it a burial the only thing that our humanity deserves for in the flesh is no good thing at all or was it a getting wet performing a religious obligation by those who did not recognize that baptism is a burial and if they knew it even now would not desire it how shall we expect apostolic reality from a church that is still alive unto itself and has never repented unto death and wants only relief and is itself the object of its own consideration and is selber for sich immer wieder der Gegenstand der Betrachtung I'm not arguing now for a form of baptism I argumentiere jetzt nicht welche Tauf Form wir nehmen so my preference of course is for the full immersion as burial but there are untold millions who have gone down that way and came up out of that water no more changed than those who were merely sprinkled what was their intention what was their intention certainly not death not burial for they were not persuaded that there was anything about them that required so radical a thing they they are after all nice people who need only to be reformed or improved not buried do you know what I'm saying the Jew finds us out and has always revealed the condition of the church even Luther's condition there is something about the unbelieving Jew that reveals our secret heart and shows us where in fact we are not only with regard to them but with regard to God a really repentant German Christian will tell Israel their sins and Jacob their transgressions that's what we are told in Isaiah do not hold back lift your voice like a trumpet tell Israel of its sin and Jacob of his transgressions and that the Holocaust was not some momentary historic aberration but the calculated judgment of God promised in Scripture in Deuteronomy and Leviticus in the books of Moses of what would befall us in the last days if we will not acknowledge our transgression and that of our fathers that the sword would pursue us and terror in the chamber and the infant and the old man at the bottom and the young man and the maiden at the top exactly the way the bodies were stacked in the gas ovens God may be terror his judgment but he will not averted or he is not God or he is not God of which I spoke last night of which Jesus spoke that there will never again be anything like it that eclipses all of the suffering of the past even the Nazi Holocaust itself and if that time were not cut short no flesh would survive that time is future the conditions for it are already at work it's near who will tell Israel their transgressions and that you're going to suffer again for your unrecognized transgressions that instead of coming out of the Holocaust broken and repentant to ask why do we suffer this where was God for his covenant people unless he was required to be silent or as the scripture says to turn his face from us and that what we have suffered is an exact proportion to our sins and the sins of our fathers and the sins of our fathers for which there has been no capora no covering no remission for without the shedding of blood there is no remission for sin no no levitical priesthood no place of sacrifice no place of sacrifice no shedding of blood two thousand years of accumulated jewish sin without a covering open and naked to the retribution of the powers of darkness only to inflict the judgment and take a malicious delight in doing instead of crying out what was our sin we cried out never again not us we may have been victim in the past in our jewish defenselessness but now in the possession of the state and the apparatus of the state number one world's air force military power never again and who contradicts us who warns us who shows us the word of god of the judgments that have come and the judgments that will come only a church that really loves us only a church that really loves us loves our souls and wants to save us from the eternal fire and wants to save us from the eternal fire and will speak a warning that will not be appreciated that will not be understood that will invite angry reprisal and will invite angry reprisal not to offend and to seek a reconciliation which never comes or can it come is only serving our emotional need and offers nothing to the jew redemptively and it confirms them in their understanding of themselves as victims but it confirms that they were after all what sin for what sin should they have been judged they live such a nice bürgerlich life and made their contributions to society and never hurt anybody and and they do not harm to anyone the truth can save them from the judgment that is to come can save them from the judgment that is to come both in time and eternity so long as they see themselves as victim victim of what of the church's failure the bankruptcy of christianity and the corruption of the new testament that encourages anti-semitic attitudes that encourages anti-semitic attitudes so long as you condescend to them you confirm them in their victim mentality and their condemnation of the church and the church's message and the church's gospel and therefore it robs them of the only hope that could save them out of death and hell retten but brother what you're suggesting is frightening but brother what you're suggesting is frightening I don't have the courage for it I don't have the courage for it I don't have the ability for it that's true that's true in your present condition in your present condition in your present condition but the resurrected Christ but the of the Christ to whom all authority has been given in heaven and in earth the high priest and the apostle of our confession the ultimate prophet who is also truth who is also truth as he is also love he would not withhold himself he would not withhold himself he would suffer the death of their disappointment and he would suffer the pain of their rejection and he would suffer the pain of their rejection and he did it two thousand years ago in his own body and he will do it now in yours and you will be able to say with Paul for me to live is Christ for me to live is Christ here is your sin here is your sin you're falling short of the glory of God you're falling short you're falling short and living beneath the resurrection and living under the level of the resurrection applauding yourself that you endorse the doctrine but have no necessity for its reality well able to conduct services as a church that has its own satisfaction as its purpose for being but take the apostolic mandate of God seriously you'll have to say with Paul as I have to say standing tonight in front of you speaking this for a first time who is sufficient for these things a church that's sufficient is outside the faith it's already apostate and doesn't know it yes there's a repentance for which God is waiting but not the sentimental one that we thought that only provides us for the relief that only provides us for the relief it's a deep repentance but it's a deep boost historically over done historically long standing and the truth of the church still even in its best charismatic forms how dare you speak this to us German Christians who after what we have suffered at your hands we have been your victim we have been your victim we were your victim we are you Vielen Dank.